Untertitelung im Auftrag des ZDF Januar 1.000! 1.000! 2.000! 7.7! Sehr gut! Die einen bleiben sitzen und die anderen hüpfen gleich 2 Kassen weiter. Was wir sonst noch in der Intenloppe erlebt haben, wir gehen selber schauen. Es lohnt sich. Wir freuen uns auf das Durchspur. Ferien! Wir haben Ferien und wenn auch ihr mal hier in die Schule wollt, dann schreibt doch an, wieso genau ihr sollt zum Max-Pünzli und wenn ihr die Bechen noch nachhocke wie ich. Nächste Woche sind wir im Brauquell Zappenzöll. Schöne Ferien miteinander!